Du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich eine Stelle. Unter Kultur verstehen Hegemann und Österreich ein für uns alle geltender Hintergrund von etablierten und über Generationen überlieferten Sichtweisen, Werten, Ansichten und Haltungen, welche einerseits unser ganzes Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen, die wir andererseits aber in individueller wie auch kollektiver Weise übernehmen, modifizieren und weiterentwickeln, und zwar in Abhängigkeit von unserer Teilhabe an unterschiedlichsten Kontexten. In der interkulturellen Begegnung in der Schule existieren vier Prototypen bzw. Haltungen von Lehrkräften. Der Typ Kulturschicksal oder Gleichbehandlung fordert eine Anpassung der Migranten und hatte eine tendenziell abwertende Zuschreibung kulturbedingter Verhaltensmuster. Familie und Schule werden als nicht kompatibel aufgefasst. Der Typ Vorwurf des Desinteresses erfährt das Fremde als anders und widerständig. Das Verhalten der Eltern wird als undiszipliniert, uninteressiert und unstrukturiert wahrgenommen. Die Notwendigkeit zur Veränderung wird auf Seiten der Eltern gesehen. Der Typ der Nichtannahme zieht sich beim Misserfolg die Eltern zu erreichen zurück und konzentriert sich auf die Arbeit mit den Lernenden. Gelungene Elternkontakte wecken den Wunsch nach Intensivierung, allerdings unter Berücksichtigung persönlicher Vorlieben. Der Typ Hilfsbedürftigkeit ist bemüht, Angebote für die Zielgruppe noch passender zu gestalten. Der Fokus liegt auf dem Aufklärungsbedarf der Eltern mit Migrationshintergrund. Im Beschluss der Kultusministerkonferenz zur systematischen interkulturellen Entwicklung von Schulen sind Grundsätze und Vorschläge zur Entwicklung von Maßnahmen zur interkulturellen Bildung und Erziehung formuliert. Danach soll Schule Vielfalt zugleich als Normalität und als Potenzial für alle wahrnehmen und zum Erwerb interkultureller Kompetenzen im Unterricht aller Fächer und durch außerunterrichtliche Aktivitäten beitragen. Schule soll zentraler Ort für den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen sein und aktiv Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern gestalten. Eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern bedeutet, dass die Schule eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung, der Teilhabe und Mitwirkung gegenüber den Eltern entwickelt. Sie berücksichtigt deren sprachliche und kulturelle Heterogenität sowie unterschiedliche Vorerfahrungen mit Schulen in Deutschland und bietet ihnen verschiedene, auch niederschwellige Kontakt- und Kooperationsmöglichkeiten. Sie initiiert gezielt Maßnahmen zur Beteiligung von Eltern am Schulleben, im Unterricht und in den Gremien. Spezifische Ziele interkultureller Beratung sind das Herausarbeiten der Kompatibilität vom Selbstkonzept des Individuums und kulturellen zwischenmenschlich-familiären Beziehungskonstruktionen, die Erarbeitung der Intensität kultureller Gebundenheit, die Offenheit für ethnisch-kulturelle Werte, die Berücksichtigung von Traditionen, Strukturen und Nutzen der Familie als Ressource und die Anerkennung religiöser Begebenheiten sowie das Eingehen auf Ängste. Hinzu kommt das Abwägen von Handlungsmöglichkeiten und externe Ressourcen, wie beispielsweise Defizite durch Sprachbarrieren, Unwissenheit über das Rechtssystem oder die Diskriminierung in Behörden. Außerdem zählen dazu das Thematisieren von Ängsten, Unsicherheiten und das Anregen zur Reflexion, die explizite Anerkennung von belastenden Migrations- und Fluchterlebnissen sowie die Aufweichung festgefahrener Interaktionsmuster und die Schaffung neuer Verhandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Eltern-Kind-Beziehung. Insgesamt sollte in der Beratung eine lösungsorientierte Perspektive eingenommen werden. Belastungen im interkulturellen Rahmen können die soziale Unterprivilegierung von Migrantenfamilien sein, die in Abhängigkeit zum Grund der Migration und des Bildungsstandes steht. Ein weiterer Faktor sind Sprachbarrieren, das heißt der soziale Status in Bezug auf den Arbeitsmarkt, Integration und Bildung. Auch die kulturelle Fremdheit spielt eine Rolle, wie beispielsweise die Bildung, Reiseerfahrung und Vorerfahrung mit anderen Kulturen. Auch rechtliche Einschränkungen können zu Belastungen führen. Ein unklares Ausländerrecht und die Gefahr der Abschiebung kann das Vertrauensverhältnis und Rehabilitations- und Beratungsprozesse stören, das heißt Kenntnisse über die Grundzüge des Ausländerrechts sind von Vorteil. Diskriminierung und Rassismus sind häufig historisch gewachsen, das heißt in der Beratung sollte die Befangenheit von Klienten offen angesprochen werden. Die dolmetschende Person ist Teil des Beratungssystems und somit sprachvermitteln ist Instrument von professionellen Beratern. Die Distanz des Dolmetschers sollte gewahrt werden, das heißt gemeinsame Wartezeiten zwischen der dolmetschenden Person und Klient sollten vermieden werden. Auch ein Dolmetscher aus dem persönlichen Umfeld ist zu vermeiden, da es möglicherweise zu einem Machtmissbrauch kommen kann. Allerdings sind beispielsweise Verwandte als Mittler sinnvoll, da Vertrauen gebildet werden kann und weitere Informationen über das Problem generiert und Informationen transportiert werden können. In einem Vorgespräch zwischen der dolmetschenden und der beratenden Person sollte es zu einer Aufklärung über die Vorgeschichte, den Kontext und Sinn der Beratung kommen. Außerdem kann die Gesprächsform bzw. die Fokussierung des Dolmetschers z.B. auf Fakten oder Emotionen abgesprochen werden und ob eine simultane oder abschnittsweise Übersetzung mit Pausen genutzt werden soll. Zu Beginn der Beratung mit einer dolmetschenden Person sollte diese persönlich inklusive ihrer Institution und ethnischen Zugehörigkeit vorgestellt werden, bevor es zur Erläuterung des Beratungsinhaltes oder der Erläuterung aus Klientensicht kommt. Der Dolmetscher als Kulturvermittler sollte als Voraussetzung Kenntnis beider Kulturen und kultureller Gewohnheiten haben. Dadurch kann es zur Vermittlung bzw. Verhinderung kultureller Fettnäpfchen und zur Aufklärung von Missverständnissen zu einem besseren Zugang zu problematischen Themen und einer stärkeren Wertschätzung mit Auswirkung auf die Beratungsqualität kommen.